Hallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Und nein, euer Bildschirm ist nicht kaputt, sondern ich habe dieses Video erstmal schwarz-weiß gemacht. Denn ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich meine Haare neu gemacht habe, neue Farbe, alles neu. Ich habe eigentlich auch, bevor ich die Haare gefärbt habe, eine Aufnahme gedreht. Das sollte eigentlich die Startszene werden, nur leider finde ich sie nicht mehr. Sehr schlau, Bianca. Und deswegen dachte ich mir, ich mache am Anfang noch schwarz-weiß, damit alles schön mysteriös ist. Und wenn ich euch gleich meine neue Haarpappe präsentiert habe, dann werde ich euch mal richtig krass alte Fotos einblenden. Ich habe meine Festplatte aus dem Keller geholt und so lustige alte Fotos rausgekrampt. Und dann werden wir einfach mal... Okay, und dann geht voll ab. Und dann werden wir uns einfach mal angucken, was ich alles in meinem Leben schon so mit meinen Haaren angestellt habe. Ihr wisst, ich experimentiere sehr gerne rum und das könnt ihr auch auf den Fotos sehen. Aber jetzt erstmal, damit dieses schwarz-weiß gleich endlich verschwindet, zu meiner neuen Haarfarbe. Und Leute, ich schnippse jetzt und da präsentiere ich euch meine neue Haarfarbe. Seid gespannt. Und... Ich habe dunkle braune Haare. Was sagt ihr dazu? Leute, ich weiß wirklich selber nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist das irgendwie die krasseste Veränderung, die ich jemals gemacht habe. Ich hatte schon so viel. Komplett bunt, blau, alles mögliche. Aber das hat mir irgendwie echt im Herzen wehgetan. Also bevor ich die gefärbt habe, war mein blau so rausgewaschen. Ich hatte so einen dicken Ansatz. Ich habe einfach, ich glaube, über einen Monat auf diesen Friseurtermin gewartet. Und mein Ansatz ist immer länger und länger und länger geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, damit ich die nicht wieder blondieren muss, damit halt meine Haare nicht noch kaputter werden, weil die haben echt gelitten die letzte Zeit, wollte ich mir meinen Ansatz so ein bisschen dunkel färben lassen und dann einfach in die Spitzen so eine blonde Tönung drüber machen. Das schädigt die Haare nicht so, wie wenn ich sie wirklich blondieren würde. Und dann werden sie einfach wieder blonder geworden. Das Ganze in so einem schönen Verlauf. Ich blende euch jetzt mal hier ein Foto ein, wie das Ganze aussehen sollte. Und das ist daraus geworden. Sehr viel dunkler, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin für mich einfach dieser blonde Typ. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von der neuen Haarfarbe haltet. Es ist auf jeden Fall eine mega coole Abwechslung. Und hier unten die Spitzen sind auch ein bisschen heller. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob ich die Haare so lassen werde oder ob ich wirklich ganz schnell wieder zum Friseur rennen werde und sie mir mit Strähnchen oder wie auch immer wieder versuche, hell zu machen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu meinen alten Bildern. Und ich habe eben die Fotos rausgesucht und ich dachte mir, what the fuck, wie sah ich einfach damals aus? Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Und das war, glaube ich, an meinem 14. Geburtstag. So sah ich aus, als ich 14 war. Wenn man das jetzt mal mit 14 jährigen vergleicht, das ist echt ein krasser Unterschied. Die 14-Jährigen sehen ja schon so erwachsen aus irgendwie. Egal, auf jeden Fall, das ist meine Naturhaarfarbe. Ja, man sagt, glaube ich, Straßenküterblond dazu. Und das ist auch meine allererste Haarveränderung, die ich in meinem Leben machen durfte. Und zwar ganz, ganz leichte Stufen unten und einen schrägen Pony. Seitdem habe ich immer einen Seitenscheitel getragen und immer diesen schrägen Pony gehabt. Wirklich über Jahre. Das war ein sehr schönes Foto von mir. Und irgendwann ist es mir dann zu langweilig geworden. Und ich bin natürlich auch ein bisschen älter geworden und habe mich ein bisschen mehr durchgesetzt. Und dann habe ich angefangen, mir blonde Strähnen in die Haare machen zu lassen. Und das sah dann so aus. Was ist das für ein Foto? Das sieht einfach aus, als ob ich zwei Köpfe übereinander habe. Aber wieso ist mein Haaransatz so hoch? Das sieht so komisch aus. Weißt du, und so sahen dann die Fotografen-Fotos aus. Wenn der Fotograf in die Schule einmal im Jahr gekommen ist und hat irgendwelche komischen Passfotos gemacht. Und jeder hat sich, glaube ich, am Ende nur gedacht, scheiße, sieht das hässlich aus. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich wollte so die ganze Stirn voller Haare haben. Aber auch nicht so einen richtigen, geraden, langweiligen, ah, ich bin brav Pony. Sondern trotzdem noch so seitlich. Und dazu habe ich mir meine Haare kürzer geschnitten und komplett durchgestuft. Wirklich bis hier oben durchgestuft. Und das sah dann so aus. So sah mein Pony aus. Da kann man ihn ganz gut erkennen. Wobei das sogar schon ein bisschen rausgewachsen war. Meine ganze Stirn war halt echt voll mit Haaren. Das Ganze aber trotzdem so zur Seite gestylt. Boah, mein Ellenbogen juckt so. Dann gehen wir weiter. Und zwar habe ich mir daraufhin, irgendwann mal, als ich 17 war, meine Haare dunkelbraun gemacht. Und ganz ehrlich, ich gucke einfach auf dieses Foto und denke mir, nein, das bin einfach nicht ich. Mir passt diese braune Farbe einfach überhaupt nicht. Das passt einfach nicht zu mir. Ich weiß auch nicht. Es war mal eine Zeit lang ganz schön, mal ganz okay in der Abwechslung. Aber ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich sie mir doch mal braun mache. Und danach wollte ich unbedingt wieder blond sein und habe wieder angefangen, mit blonden Strähnen reinzumachen. Da habe ich hier ein sehr hübsches Foto. Das war in irgendeinem Urlaub. Alter, meine Augen leuchten ja übertrieben blau, ey. Oder hier auf dem Foto kann man das auch voll gut erkennen. Ich glaube, das ist aus dem gleichen Urlaub. Auf jeden Fall sind immer mehr blonde Strähnen dazu gekommen. Tada, da könnt ihr das mega gut... Alter, was ist das für ein Foto? Ey, wir gucken weiter. Einfach so mega abgenervt. Wobei wir einfach ein Selfie gemacht haben. Das waren die Selfies von früher. Mit der Digitalkamera, ohne Display. Einfach so... Und dann ist es einfach nie was geworden. Meistens hattest du nur eine Haarsträhne von dir drauf. Und sonst einfach nur so eine leere Wand oder so. Weil du es nicht geschafft hast, dich mit aufs Foto drauf zu machen. Und irgendwann hatte ich so viele blonde Strähnen drin, dass ich gesagt habe, jetzt reicht es mir mit den Strähnen. Ich will meine Haare auch mal selber färben können. Und habe angefangen, mir selber die Haare komplett blond zu machen. Ich habe mir immer so Farbe in Drogerie-Mekken gekauft. Und habe eben angefangen, meine Haare komplett zu blondieren. Und das sah dann so aus. Das war so die Anfangszeit, wo ich meine Haare komplett blond hatte. Und weil ich das immer selber gefärbt habe und ich immer zu voll dafür war, weil das echt viel Arbeit ist. Ich habe da sogar mal ein Video drüber gedreht. Das kann ich mir in meiner Infobox verlinken. Das ist echt ein richtig altes Video, wo ich euch zeige, wie ich selber meine Haare färbe. Auf jeden Fall hatte ich nie Lust, meinen Ansatz nachzufärben. Und deswegen ist mein Ansatz immer schön lang geworden. Und zu der Zeit habe ich auch YouTube angefangen. Also die Fotos, die ich euch jetzt hier zeige, das sind so meine ersten Instagram-Fotos, die ich hochgeladen habe in meiner ersten YouTube-Zeit. Und ihr seht auch auf diesen ganzen Fotos, dass ich immer einen Seitenschein hatte. Und irgendwann wollte ich was ganz Neues mit meinen Haaren machen und habe mir gedacht, damit die Veränderung nicht ganz zu krass ist, ich wollte aber trotzdem irgendeine eigentlich bunte Farbe haben, habe ich erstmal mit Silber, mit so Grau angefangen. Und das sah dann ungefähr so aus. Man kann es nicht ganz so gut erkennen, auch weil da so ein Filter drauf ist, aber da war mein Haar halt so ganz hellblond mit so einem Graustich. Und das sah eigentlich richtig schön aus. Das hatte ich, bevor wir auf die Malediven geflogen sind. Ist auch schon wieder richtig lange her. Als ich die Haare grau gemacht habe, das war echt so der Startschutz für meine ganzen bunten Haare, die ich mir danach gefärbt habe, weil das schon für mich so ein krasser Schritt damals war, dass ich immer Bock auf mehr hatte. Und als Allernächstes kamen dann nämlich meine pinken Haare. Pink war ja schon immer meine Lieblingsfarbe und dann wollte ich unbedingt meine Haare pink machen. Und das war dann auch die Zeit, wo ich wirklich angefangen habe, meinen Mittelscheitel zu tragen. Und seitdem habe ich eigentlich nur noch einen Mittelscheitel. Da waren so verschiedene Pinktöne drin, und dass das Ganze so ganz lebendig aussah. Und das hat mir auch so gut gefallen. Ja, und als das Pink dann rausgewachsen war, sah das ungefähr rausgewachsen, rausgewaschen war, sah das ungefähr so aus. Fand ich auch richtig schön. Dann hatten meine Haare einfach so einen ganz pastelligen Pinkschimmer. Danach wollte ich was noch Extremeres. Und ich bin übertrieben abgegangen. Das ist ja auch gar nicht so lange her. Und ich habe meine Haare komplett bunt gemacht. Von dunkellila zu türkisblau und pink in den Spitzen. Das war wirklich so krass. Guck mal bitte, wie intensiv die Farbe am Anfang war. Und ich fand das so schön. Ich fand das so mega schön. War immer noch nicht Schluss, meine Freunde. Das hat sich dann immer weiter rausgewaschen. Dann sah das irgendwann so aus. Und ich fand die Farbe rausgewaschen nicht mehr so schön. Weil mein Blond darunter durchgeschimmert hat. Und dann sahen die Farben irgendwie so schmutzig und orange und so aus. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Dass ich gesagt habe, ich muss wieder was Neues machen. Haben mir die Haare so gefärbt. Das war meine letzte Haarfarbe. Und das ist eigentlich von allem meine allerliebste Haarfarbe gewesen. Vor allem, als sie sich so ein bisschen rausgewaschen hat. Also auf dem Bild sieht man das zum Beispiel relativ gut. Da sind die Haare halt echt super hell gewesen. Und einfach am Ansatz noch relativ kräftig. Aber dann halt in den Spitzen. So ganz, ganz hell türkis, mintfarben nachher. Ja Leute, das waren sehr viele alte, sehr crazy lustige Fotos. Und ich habe euch jetzt einfach mal so meine Haargeschichte gezeigt. Was ich alles schon mit meinen Haaren gemacht habe. Mich würde mega interessieren, was ihr am coolsten fandet. Oder was euch jetzt so im Schnelldurchläufer am allergeilsten gefallen hat. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und jetzt habe ich nämlich noch eine Info für euch. Und zwar habt ihr bestimmt auf meinem letzten Foto, was ich euch gerade eingeblendet habe, die Splashy Melon Bilou Dose entdeckt. Und deswegen kommen wir auch nochmal ganz kurz zu Bilou. Ich habe nämlich ein paar Infos für euch. Wie ihr alle wisst, ist Cherry Blossom die erste Limited Edition gewesen. Und ich wollte euch nur informieren, dass die Sorte so langsam ausläuft. Also wir haben ja nur eine gewisse Anzahl produziert. Und ich habe die Info bekommen, dass nicht mehr so viele verfügbar sind. Das heißt, sehr, sehr bald wird es Cherry Blossom dann nicht mehr geben. So ähnlich sieht es auch mit Splashy Melon aus. Und das musste ich euch jetzt unbedingt sagen, weil ihr liebt Splashy Melon so sehr. Dieser Geruch ist so mega Hammer bei euch angekommen. Wir haben uns allerdings dazu entschieden, Splashy Melon jetzt auch erstmal auslaufen zu lassen. Das heißt, wir produzieren keine mehr nach, denn das ist einfach für uns so ein Sommerduft. Und dann kommt erst nächstes Jahr im Sommer wieder Splashy Melon. Dann habt ihr zwar was, worauf ihr euch freuen könnt, aber auch damit ihr hier Bescheid wisst, Splashy Melon wird auch bald erstmal für einige Monate komplett weg sein, falls ihr euch nochmal damit eindecken möchtet, bevor alles ausverkauft ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt, was ihr zu meiner neuen Haarfarbe sagt. So, meine Lieben, das war es auch schon mit meinem neuen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten, mit diesen crazy Fotos, als ich dir eben rausgesucht habe, oh du Scheiße, ich musste einfach so lachen. Auf jeden Fall verlinke ich euch natürlich auch nochmal zwei andere Videos. Hier auf der Seite gibt es einmal das Video, wie Julian mir versucht, Dreadlocks zu machen. Alter Falter, guckt es euch an. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch das Video, wovon ich eben gesprochen habe, eines meiner ersten Videos, wo ich euch zeige, wie man sich selbst den Ansatz nachwerben kann. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich mich früher so von der Kamera angestellt habe, dann solltet ihr euch das nochmal reizwitschern. Und sonst dürft ihr mich natürlich gerne hier oben einmelden, mit einem Klick kostenlos abonnieren, falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit und sag tschüss! Bis zum nächsten Mal.